Was ist Arthritis Mutilans? Arthritis Mutilans ist eine schwere Form der Arthritis, bei der eine Schädigung des Knochens und des Weichteilgewebes auftritt, die insbesondere an Händen und Füssen zu Deformitäten führt. Es tritt in weniger als 10% der Fälle von Arthritis auf und wird am häufigsten mit chronischer Rheumatoide Arthritis und Psoriasis Arthritis in Verbindung gebracht. Diese Erkrankung kann auch als chronisch absorbierende Arthritis bezeichnet werden. Sie kann auf verschiedene Arten behandelt werden, der verursachte Schaden kann jedoch nicht rückgängig gemacht werden. Arthritis ist im Allgemeinen eine Entzündung der Gelenke. Bei Patienten mit Arthritis Mutilans reizt die chronische Entzündung den Knochen und führt zu einer Knochenresorption, bei der der Knochen schneller abgebaut wird, als der Körper ihn ersetzen kann. Die Mineralien des abgebrochenen Knochens gelangen in den Blutkreislauf und werden vom Körper recycelt. Ohne Unterstützung des Skeletts beginnt auch das Weichgewebe um das Gelenk herum zu erodieren und es entstehen Deformitäten. Diese Deformitäten sind in den Extremitäten am auffälligsten und können stark beeinträchtigen. Menschen mit dieser Erkrankung können Finger und Zehen verbogen haben, die Ziffern schlagen und die Ziffern verzerren. Bei Patienten mit Arthritis Mutilans kann sich ein diagnostisches Zeichen entwickeln, das nach seinem deutlichen Erscheinungsbild als Teleskopfinger bekannt ist. Die Nerven bleiben intakt und die Patienten können aufgrund der Arthritis weiterhin Schmerzen verspüren. Die Finger und Zehen werden weniger flexibel und beweglich sein und es kann für Menschen schwierig sein, Aufgaben, die Feinmotorik erfordern, mit ihren Händen zu erledigen. Die frühe Behandlung von Arthritis kann für Patienten hilfreich sein, denn je länger sie ohne Behandlung fortbestehen kann, desto schlimmer ist die Entzündung und desto größer sind die Chancen, an Arthritis Mutilans zu erkranken. Bei Patienten mit dieser Erkrankung können Medikamente zur Schmerzbehandlung eingesetzt werden, um den Patienten angenehmer zu machen, und einige Patienten profitieren von einer sanften Physiotherapie und einer Zahnspange, um die Gelenke zu stabilisieren. Es gibt Fälle, in denen chirurgische Behandlungen zur Behandlung von Entzündungen und Deformitäten empfohlen werden können. Adaptive Geräte, die Menschen mit geringen motorischen Fähigkeiten helfen sollen, können für Menschen mit Arthritis Mutilans hilfreich sein. Dazu gehören Geräte, mit deren Hilfe Personen Container öffnen, Dinge abholen und andere Aufgaben ausführen können. Durch Werkzeuge, die helfen können, kann die Unabhängigkeit des Patienten erhöht werden, indem die Abhängigkeit von Assistenten oder Familienmitgliedern verringert wird, wenn Dinge rund um das Haus und den Job erledigt werden. Technologien wie Sprachsteuerungssoftware für Computer, Diktiersoftware-USW können ebenfalls hilfreich sein, unabhängig davon, ob die Mitarbeiter bei der Arbeit bleiben oder mit Freunden kommunizieren möchten.